Die Freiheit von jedem, was erfahrlich werden könnte, von allem Erfahrbaren. Wer müsste frei werden? Frei von allem, was erfahren werden kann, auch ohne Erfahrung ist das, was ich bin, das, was es ist. Was ich bin, das muss nicht erfahren werden und kann es auch nicht, weil da nicht zwei sind, da ist nicht das, was ich bin und etwas, was das erfahren könnte, nein. Das Wunderung des Daseins, absolut.